All diese Beobachtungen zeigen, wie weit der Weg zu einer gesellschaftlichen Mehrheit für die Legalisierung noch ist und wie wichtig Informationsveranstaltungen wie die heutige sind. Als ich gehört habe, dass ich heute ein bisschen was zum Thema Jugendschutz erzählen soll, habe ich mir erst gedacht, na gut, jetzt erzählst du den Leuten ein bisschen was über Altersgrenzen, die nur auf dem regulierten Markt möglich sind und dann ist das Thema schon gegessen. Allerdings habe ich dann ein bisschen genau darüber nachgedacht und gemerkt, dass das Thema Jugendschutz und Legalisierung...